So liebe Fischfreunde, ich mache heute ein Rotbarschfilet mit dem Brei meiner Zitronen-Knoblauch-Kur. In großzügig Butter brate ich die Filets an. Nach 2x4 Minuten ist der Fisch fertig, dann nehme ich ihn aus der Pfanne und lege ihn auf warme Teller. Tunk die Butter mit ein bisschen meiner Zitronen-Knoblauch-Kur auf. Und fertig.